Ionia Clash Mit anderer Musik Wenn wir da reingehen, müssen wir hier in Blumen Ich bin in der Stadt geflogen Das kam erst bei uns Mit dem Skin her schauen die so ähnlich aus Der hinter uns liegt Der hat die Abbrache in der Luft Der hat die Abbrache in der Stadt geflogen Keine Early-Gang Im Late-Game sehen wir, der spielt den nächsten Ball Oh mein Gott Der ist down Oder so Oh mein Gott Wir sind Level 3 geworden Exhaust Gegen Flash Easy Das war echt nice Der Exhaust ist hier aber fast zerstört Das kann sein Ich hätte auf jeden Fall recht Mit dem Leben Ja, bei mir ist das nicht zu spät Was Wie ist der Aftershock? Ja, keine Ahnung, ist aber egal. Die Bombe hat sich halt komplett zerstört. Ja. Okay. Ich bin halt in der Prime. Hey, da kommt der Mitleiner, ja? Ja, ja, da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zeig, okay. Er macht ulti, der zeigt. Aber bis jetzt ist alles easy, Jungs. Nichts passiert. Drei kommt, drei kommt. In fünf Sekunden. Die Ding ist schon wieder da. Warte, geil. Gern, ah, Drake kommt erst in einer Minute. Uah! Ich hab keine Mana, Jungs. Der Haiver-Q ist leider. Muss stehen bleiben. Den hat nicht erreicht. Jetzt sollte ich Minions aber schnell hinmachen. Ich hab sie gegnetet, aber ich stehe doch leider nicht Das kann der Triple werden Zack ist tot Ah nein Da kommt der Zego Da kommt der Joan Nein, die Kamera Da kommt der Zack Komma Der Blue wird gemacht vom Sekt Nein 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 Die hat von oben gesunden Gesaust wieder Und noch eine Sekunde hin gehabt Eine Sekunde cooldown Geflasht Die hat dort zum ersten Mal Er hat ja die Möli geflasht Ich hab da gehört also gedacht Okay, ja gut Schauen wir mal Aber jetzt Lord Der Optik Es gibt einen Doppland Elfen Ich meine, noch einen direkt Die Kenner da war gut sieht im Klaus Die Karma kennt man jetzt vielleicht gut Oh nein Pucken ist überflüssig Oha Jetzt bin ich aber hingehörig Nein Okay, wie kommst du weg? Ich hab jetzt dann voll geregelt mit Ivern Und dann einmal irgendwas anderes Wo er vor uns treffen will Und dann wieder sowas Der macht viel Dramat Ich muss echt flaschen Ehre Ehre Alvan Easy Hau noch einmal He Versprich Ja Da ist keiner sehen Halt 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 Sein Kommt da noch nicht rum Easy Da ist die Party, oder? Sein ist Toppland So Der ist den Sideszaptenhook Hallo Sego Hallo Sego Nice Aufpassen halt vor den Sion Qs Oh mein Gott, die Flasht da her Oh mein Gott, die Flasht da her Oh mein Gott, die Flasht da her Halt Er rennt weg Er ist ein Ehre Mann Äh Loras ist gestorben Achtung, 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 wir müssen den killen Der killst du, sonst keines Minus Das respawnt Joan schon wieder Sechster Sechster Ich will mich halt alle irgendwie Sobald die mich sehe in den Gate In den Hard Das ist ja gut Das ist die Frage Ich hoffe nicht mal aufgeladen und ich mach 300 Schaden Stille Du, du, das Taxi kommt Fettschumap Amor, was? Der Joan ist da Und Zack Daisy und ich machen das Und wenn du es wieder angeschaut hast, der haut sich an Das schöne an Ivernsbild ist halt, es macht Damage, Sloth, Klippen, Schill, einfach Pika-Rational Tollste Sache, Kaiser, die will eigentlich ihren Backwind Kaiser kommt von neben Das tut der Hook halt eigentlich auf das Zeihung gehen sollen, aber der war schon innen Wir wollten dich da raus, du bist ja voll ein What? Was ist da passiert? Ja, Ivernal Du, Alex, ich heal ihn um 214 mit meinem Fiend Meine Ester, ich habe irgendwie 3 Items, die meine Shield-Power verstärken Warte, Heck Ich habe noch nie die Ivern-Power gesehen, dass die so viel Healt Ich habe gedacht, die immer nur shielden Ein Fiend ist Broke, vergiss das nicht Das Gute, ein Ivern-Schild ist halt auch noch Das ist eigentlich nicht klar, können wir am Fernsehen machen Ivern-Schild ist halt einfach disgusting fair, weil es gibt halt Shield Taxi! Es macht Damage, es Explosive for Damage, es slow Es gibt Attack-Speed Zack, ist das alles nur Fiends, was du gerade gesagt hast? Ne, das ist alles mein Shield und mein Iverns Okay Der kann nicht blockt werden Damage Er ist Up Der ist Ripped, der Cyan Ich habe den Barren gebraucht Er ist ein Value-Baron Ja, ich habe den Barren verloren Sie sollten finischen, glaube ich Ich dachte, wir machen riesiges Damage, dann hat er durch eine Millisekunde zu Glück wie es mal so Ja, ich bin auf Osirung gegangen Ich glaube ich habe den Barren gegangen Wir haben den Feind gebrochen, dann klar All vielleicht Und AD gibt es nicht, aber AD oder so? Ehre, Jungs! Wir sind im Gewinner-Bracket, wir kennen Max! Wir sind jetzt 100%ig im Gewinner-Bracket! Das ist halt das Schöne an Heim, ne? Im Gegensatz zu Cain, wirst du auch noch strong, wenn du selbst behind fallst, weil du halt einfach dein ADC des Todes hochkarriest. Ja! Nice! Ich steh schon durch den nächsten Echt-Bracken, die zähig sind im Falle Sammeln. Schau, und die Gegner stehen schon fest. Das heißt, die haben nicht länger gespielt als wir. Kaum haben die uns reingegengesehen, bin ich schon engaged worden. Super, ich kann nicht sehen. S, 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 Jungs, was ist da los? Bobby hat das S hergegeben. Ja, ich hab das S hart versch... Ich hab das S für den ADC geopfert. Ich hatte gestern schon S auf albern, das reicht mir für eine Woche. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das, mit dem Hanfaß. Bis dann schon mal oder? Tschüss. Schau, ich hab das S von Bock. Bै, BYE! 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 BYE!